18 Volt Akkusystem bei Festool. Tja, das möchte man zeigen auf der Messe Holzhandwerk 2018 hier in Nürnberg. Und ihr seht es hier an dieser Wand, ob das jetzt Handkreissägen sind oder Stichsägen oder Akkuschrauber. All das ist möglich mit diesem 18 Volt Akkupack. Aber das ganz Besondere, ganz brandneu auf der Messe, die ISC 240 revolutionär im Dämmstoff sägen. Und wie das Ganze hier funktioniert mit diesem Akkupack, den wir hier hinten draufsetzen, das zeige ich euch jetzt. Ja, solche Messer kennt ihr, die werden in der Regel eingesetzt, um solche Dämmstoffmaterialien zuzuschneiden. Und dass das nicht so einfach geht, das sieht man. Und es ist natürlich auch kein so ein schöner Schnitt mit so einem Messer. Aber genau hier sitzen wir an mit unserer Säge von Festool und zwar die ISC. Wir haben hier ein Wellenschliffmesser drauf und wie die hier schneidet, das zeige ich euch jetzt. Zweimal draufdrücken. Ihr seht, schnell, sauber und präzise dieser Schnitt hier durch dieses Dämmstoffmaterial. Natürlich haben wir hier nicht nur so weiche Matten, sondern auch so Schaumstoffmaterialien. Und um dies zu sägen, zu verarbeiten, haben wir hier ein Sägeblatt mit solchen Wechselzahnsägezähnen, die man hier einsetzen kann, um dementsprechend dann auch so ihre Materialien zu schneiden. Wenn ich jetzt hier eine Rolle habe auf dem Boden von diesem Mineralwerkstoff, dann habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze mit so einem kleinen Schlitten zu versehen. Und nun habe ich die Möglichkeit, hier das Ganze zu betätigen und dementsprechend dann das liegende Material auf dem Boden abzuschneiden. Ihr seid eine Menge Möglichkeit mit dem 18 Volt System, mit der neuen ISC und wie schon gesagt, revolutionär jetzt beim Dämmstoff sägen.